Hallo ihr Lieben, hier ist die Johanna Jülich. Ich freue mich sehr, dass du dich für mein Seminar Tierisch für Menschen interessierst. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das erste Tierkommunikationsseminar mit einer 100% Geld-Zurück-Garantie. Und ich wollte jetzt einfach mal erzählen, warum ich das mache. Ich bin der Meinung, dass Tierschutz an einer ganz anderen Stelle anfängt, als die meisten das machen. Nämlich dagegen zu protestieren, wie Tiere gehalten werden und was alles falsch gemacht wird und so weiter. Und das ist natürlich sehr wichtig, aber ich finde, es hat relativ wenig Effekt, wenn wir dahin schauen, wo wir die Gegend sind. Weil dann geben wir unsere Energie genau dahin. Und ich bin eher so drauf, dass ich sage, wofür bin ich denn? Und ja, ich bin eindeutig dafür, dass wir Menschen und Tiere in Frieden miteinander leben und dass wir wirklich miteinander kommunizieren. Denn Kommunikation heißt gegenseitige Verständigung. Und wenn wir uns gegenseitig verstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass wir auch ordentlich miteinander umgehen. Und das ist mein Ansatz. Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich sich wirklich der Tatsache wieder bewusst werden, dass sie mit Tieren kommunizieren können. Ja, ihr habt auch richtig gehört, ich habe gesagt, der Tatsache bewusst werden, dass ihr mit Tieren kommunizieren könnt. Weil das kann jeder, das ist eine ganz natürliche Fähigkeit. Das weiß man heutzutage, das ist wissenschaftlich erforscht. Und so erlebe ich es in meinen Seminaren auch immer wieder, dass es nicht daran liegt, dass die Leute das lernen müssen, sondern dass es eigentlich nur darum geht, dass man die Ängste, Zweifel und vor allem Selbstzweifel oft auch, dass man das überwindet. Und das geht ganz einfach, wenn man weiß, wie. Und ich habe in meiner langjährigen Erfahrung immer wieder neue Möglichkeiten und Wege entdeckt, wie ich den Teilnehmern einfach dabei helfen kann, ihre Zweifel zu überwinden und einfach in die Erfahrung zu gehen und dann tatsächlich zu erleben, dass es möglich ist. Und weil ich das so oft erlebt habe und weil ich mir so sehr wünsche, dass wir Menschen und Tiere wieder eine bessere Beziehung zueinander kriegen und einfach einen ganz anderen Umgang dadurch auch, vor allem wir Menschen den Tieren gegenüber. Und ich weiß selber, es ist eine große Hemmschwelle, ein Seminar zu buchen, das doch einiges an Geld kostet, und wenn du nicht weißt, taugt das was oder taugt das nichts, habe ich nachher das ganze Geld in den Sand gesetzt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ab 2018, ich habe jetzt 15 Jahre Seminarerfahrung in der Tierkommunikation, ab 2018 biete ich jedem, der das gerne erleben möchte, eine 100% Geld-Zurück-Garantie. Wenn du zu mir in mein Seminar Tierisch für Menschen kommst und du machst nicht die Erfahrung, dass du mit Tieren kommunizieren kannst, dann bekommst du von mir zu 100% Geld zurück. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du im Seminar mitmachst, dass du den Anweisungen folgst, die ich dir gebe, dass du einfach meiner Anleitung folgst, denn wenn du meiner Anleitung folgst, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du diese Erfahrung machen wirst. Und diese 100% Geld-Garantie, die ist nicht für Seminartouristen, die sich denken, naja, gehe ich da mal hin und dann hole ich mir nachher mein Geld zurück. Du musst im Seminar wirklich meinen Anweisungen folgen. Wenn du das nicht tust, hast du auch keine Garantie. Denn nur wenn du das machst, was ich dir sage, dann greift die Garantie und dann kann ich dir einfach auch sagen, du wirst diese Erfahrung machen. Und ich bin mir da sehr sicher, deswegen biete ich diese Garantie an. Wenn es bei dir nicht so sein sollte, bekommst du 100% deiner Seminargebühr zurück. Da werden keine Gebühren einbehalten, gar nichts. Du kriegst die komplette Gebühr wieder zurück. Und damit möchte ich einfach die Hemmschwelle runtersetzen, sich zum Seminar anzumelden, weil du hast kein Risiko. Ja, du hast vielleicht einen Tag Zeit verbraten, im schlimmsten Falle, aber du kriegst dein Geld wieder. Und ja, ich hoffe, dass dadurch viel, viel mehr Leute zum Seminar kommen und eben diese Erfahrung machen können. Und dass sich das immer weiter in die Welt trägt, dass es auch weitergebt an andere. Und mehr und mehr Menschen einfach wieder wissen, hey, ich bin in der Lage, auf einer tief ergreifenden Ebene mit Tieren zu kommunizieren. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Und klar, es ist eine erste Erfahrung, die ihr im Seminar macht. Ihr müsst weiter üben, das ist die zweite Sache. Aber dass ihr im Seminar die ersten Erfahrungen machen werdet, das garantiere ich. Und wer sie nicht macht, kriegt sein Geld zurück. Da stehe ich voll dahinter. Und ich würde mich freuen, wenn du dich, auch wenn es dir sonst schwer gefallen wäre, aufgrund dieser 100% Geld-Zurück-Garantie traust und dich zu meinem Seminar anmeldest. Tierisch für Menschen, das ist das Basisseminar für telepathische Tierkommunikation. Und ja, wenn du nach dem Seminar ein bisschen weiter übst, dann reicht dieses Seminar auch für den Hausgebrauch vollkommen aus. Und du kannst einfach losstarten und eine tiefgreifendere Verständigung mit Tieren haben. Es gibt auch noch weiterführende Seminare. Und es wird demnächst auch eine Ausbildung geben zum zertifizierten Tierdolmetscher bei mir. Und ja, das kommt im Sommer 2018. Weiß ich noch nicht genau, wann und wie genau. Da bin ich noch dabei, das mir auszudenken, wie ich das genau mache. Aber es wird es geben. Und ja, für alle, die einfach mal durchstarten wollen, die die Erfahrung machen wollen, ohne ein Risiko einzugehen, tierisch für Menschen mit der 100% Geld-Zurück-Garantie. Ich freue mich auf dich als Seminarteilnehmer und dir wirklich zu zeigen, dass du das auch kannst. Bis dahin, alles Liebe von mir, dein Johanna Jülich. Bis dahin, alles Liebe von mir, dein Johanna Jülich.